Hallo lieber Löwe und herzlich willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung für den Dezember. Ich lege dir heute das keltische Kreuz mit, dem Magic Soul Tarot. Wie immer kannst du dir diese Legung anschauen, falls du den Löwen im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus hast. Lass uns also direkt mal starten mit dem Shuffle. So, was sind die Energien für Löwe im Dezember? Löwe im Dezember. Was erwartet Löwe im Dezember? Wir starten, oh Herrlichen, da ist die Herrscherin gekreuzt mit dem Prinz der Münzen. Gedanken an die zwei der Kelche und im Herzen die zehn der Kelche. In der Vergangenheit allerdings die neun der Schwerter. Oh, Hallöchen, was geht denn hier? Der Turm, der Wagen, der Magier, die Prinzessin der Kelche und hier haben wir die Kraft. Die Kraft ist natürlich auch deine persönliche Kraftkarte. Am unteren Kartenrand die drei der Kelche. So, lass uns doch ganz mal ausklamüsern. Wir haben tatsächlich echt spannende Energien. Wir haben sehr viele große Arcana-Karten hier liegen mit der Hauptenergie, die hier die Herrscherin ist. Mit der Herrscherin geht es um Wachstum. Zum einen, um das einmal abzudecken ebenfalls, kann es auch um das Thema Mutter oder Mutterschaft und die Beziehung, die du zu deiner Mutter hast, gehen oder du als Mutter. Wenn das nicht der Fall ist, und wir gehen natürlich gleich in die Tiefe, wenn das nicht der Fall ist, dann kann es mit der Herrscherin darum gehen, sich um etwas oder jemanden zu kümmern, seine Zeit und Liebe in eine Angelegenheit oder Situation zu stecken, damit diese Situation aufblüht. Und wenn die Herrscherin sich hier zeigt, bedeutet es immer, oh, das ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt für Wachstum. Wenn du dich jetzt ein bisschen weiter um diese Situation kümmerst, dann wird es wirklich sehr gut weiter wachsen oder aufblühen. Und damit kann es um eine bestimmte Beziehung in deinem Leben gehen, die jetzt wirklich sehr fruchtbar vielleicht ist und wo die Dinge sich gut entwickeln, gut wachsen, aber es kann auch darum gehen, dass du dir selber diese Liebe zuwendest oder zu, wie sagt man doch, zuwendest, dass du deine Liebe dir selber schenkst und dich liebevoll um dich selber kümmerst, damit du erblühst. Und das ist grundsätzlich erstmal die Hauptenergie für dich im Dezember. Sich um etwas, jemanden, sich selbst, einen Lebensbereich oder Situation kümmern, weil jetzt im Dezember sind hervorragende Energien für Wachstum. Die Baseline, ich würde am liebsten noch so einen kleinen Base jetzt übereinspielen, die Baseline. Die Baseline deines Monats, was sich so wirklich komplett einmal durch alles Mögliche zieht, sind die drei der Kelche. Grundsätzlich kann es in diesem Monat sehr viel Freude geben. Also dass, auch wenn wir noch sehen, da ist noch eine Umstrukturierung, die auf dich wartet, weil aber alle anderen Karten so extrem gut sind, außer das, was in der Vergangenheit war, aber da kommen wir gleich drauf, habe ich eher das Gefühl, dass wirklich auch in diesem Monat sehr viel Freude gelebt wird. Du könntest hier schöne Momente mit deinen Lieben verbringen, mit Freunden, mit Arbeitskollegen. Hier hat man quasi in einem Team gemeinsam eine schöne Zeit und teilt einfach schöne Momente, schöne Erfahrungen miteinander. Auch könnte es sein, dass es in diesem Monat vielleicht noch einen Grund zum Feiern gibt. Das wäre nämlich ebenfalls die Energie der Feier. Und dementsprechend haben Freunde, ein soziales Umfeld oder auf irgendeine Art und Weise eine Gruppe an Menschen in diesem Monat eine, ja, spielen eine wichtige Rolle für dich. Auch kann es hier um eine Wiedervereinigung, um ein Treffen gehen. Das muss dann nicht zwingend mit ganz vielen Menschen sein, das kann auch mit einer ganz bestimmten Person sein. Aber das, was du fühlst, bezogen auf dieses Wiedersehen oder dieses Treffen, ist Freude. Deine Herausforderung ist hier der Prinz der Münzen und das ist der Ritter der Münzen und mit dem Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen kann manchmal eine Herausforderung sein, weil sich Dinge vielleicht nur sehr langsam entwickeln, weil man sehr viel Zeit in etwas reinsteckt oder der Ritter der Münzen ist halt auch ein Sicherheitsmensch. Und das könnte bedeuten, dass hier auf irgendeine Art und Weise die Herausforderung ist, sich abzusichern oder vielleicht auch mit irgendwas in Gang zu kommen, etwas weiterzuentwickeln, aufgrund dessen, dass vielleicht du oder eine andere Person wirklich ein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Mit dem Ritter der Münzen geht man quasi grundsätzlich erstmal in die Aktion, um sich etwas Langfristiges aufzubauen. Aber auf gewisse Art und Weise habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es in irgendeiner Situation tatsächlich an Stabilität mangelt oder an Zukunftsvisionen, die sich beziehen auf Stabilität und Sicherheit. Lass mich einmal ein bisschen weiter reinführen. Was kriege ich hier noch? Also eine Aktion könnte mit Herausforderungen kommen. Eine Aktion könnte auch blockiert sein. Oder es geht grundsätzlich darum, dass es hier an Stabilität mangelt, an Sicherheit mangelt. Gerade weil wir den Turm hier sehen und der Turm wackelt immer am Fundament. Lass uns mal weiter schauen. Was haben wir hier noch? Du bist fokussiert auf die 2 der Kelche. Das heißt, grundsätzlich bist du fokussiert auf eine bestimmte Partnerschaft. Du denkst in diesem Monat über eine bestimmte Beziehung nach, eine bestimmte Partnerschaft nach, ob beruflich oder privat. Und du denkst darüber nach, entweder ist hier sehr, sehr viel Gefühl für eine andere Person. Auch die 10 der Kelche ist natürlich das Glück und die Erfüllung. Das Thema Seelenfamilie könnte hier eine Rolle spielen. Auch hier das Thema Seelenpartnerschaft. Also wir haben sehr, sehr signifikante Energien in diesem Monat, wo eine bestimmte Person, mit der gefühlt eine sehr starke Verbindung besteht, hier sehr, sehr präsent ist. Und wo du gefühlt diese Situation nähren möchtest, wo sich die Dinge auch grundsätzlich weiterentwickeln und weiter wachsen. Aber es auf gewisse Art und Weise eine Herausforderung mit der Stabilität gibt. Oder vielleicht auch eine finanzielle Herausforderung gibt. Oder eine Herausforderung mit dem Thema Arbeit. Du bist grundsätzlich sehr glücklich und erfüllt. Also das, was wir hier hatten, die Energie der Freude, spiegelt sich hier nochmal doppelt und dreifach in deinen Emotionen. Du bist glücklich, du bist erfüllt. Vielleicht bist du auch sogar in der Liebe. Was natürlich hier alle Karten tatsächlich vermuten würden, dass es hier wirklich eine Person gibt, die dir extrem viel bedeutet. Und du denkst jetzt über die gemeinsame Zeit nach, über die gemeinsamen Visionen nach. Aber auf irgendeine Art und Weise bezogen auf diese Situation oder irgendwas in der Vergangenheit, was sich jetzt auf gewisse Art und Weise wieder beschäftigt, hat zu tun mit schlaflosen Nächten. Irgendwas hat dir in der, ich würde sagen, vielleicht sogar kürzlichen Vergangenheit schlaflose Nächte bereitet. Kopf zerbrechen. Da gab es vielleicht Zweifel, Sorgen, Kummer. Und ich habe auch da das Gefühl, das bezieht sich auf eine Partnerschaft, auf eine Beziehung, weil wir das hier einfach so krass sehen. Das kann auch eine Freundschaft sein natürlich. Aber irgendwas hat dich, auch wenn sich die Situation jetzt gerade gefühlt sehr gut weiterentwickelt und du bist sehr zielstrebig, du bist sehr fokussiert hier. So habe ich aber das Gefühl, irgendwas in der Vergangenheit hat dich bezogen auf diese Beziehung oder Situation wirklich besorgt. Und ebenfalls der Prinz der Münzen in der Herausforderung, es mangelt so ein bisschen, es kann auch sein, dass es irgendwie doch an Einsatz mangelt. Was irgendwie spannend ist, weil die Herrscherin auch durchaus sehr gut im Manifestieren ist. Mit der Herrscherin geht es durchaus auch darum, Dinge zu nähren, sich um Dinge zu kümmern, damit sie wachsen. Es könnte natürlich auch eine sehr liebevolle Energie grundsätzlich sein. Und dann haben wir aber den Prinz der Münzen und da geht es wirklich ans Eingemachte. Der Prinz der Münzen ist so, okay, du kannst dich auf mich verlassen. Ich gehe das jetzt wirklich an. Ich zeige jetzt wirklich Einsatz. Vielleicht zeigt dir irgendjemand nicht ganz so viel Einsatz oder vielleicht hast du das Gefühl, du kannst dich auf eine Person nicht verlassen. Auf gewisse Art und Weise, nehme ich wahr, es rüttelt so ein bisschen an dieser Stabilität. Und dann sehen wir mit dem Turm das, was auf dich zukommt, nochmal gefühlt eine Erkenntnis. Der Turm kann immer eine Erkenntnis sein, wo dir plötzlich etwas klar und bewusst wird. Und mit dieser Erkenntnis bedeutet das quasi, dass du nicht mehr zurück kannst. Das bedeutet quasi, oh Mist, jetzt ist mir was bewusst geworden. Es schallert. Ich sehe jetzt klar. Ich sehe jetzt die Realität. Und das fordert dich quasi auf, in die Veränderung zu gehen auf irgendeine Art und Weise. Oder ein Turmmoment verändert auf irgendeine Art und Weise immer etwas. Und das kann zu tun haben mit einer Erkenntnis, dass dir irgendwas klar wird, irgendwas bewusst wird. Du siehst jetzt eben die Realität der Situation. Auf der anderen Seite kann der Turm auch eine unerwartete Situation sein, die plötzlich was verändert. Oder auf irgendeine Art und Weise eine Überraschung sein, die plötzlich etwas verändert. Und dazu führt, dass Dinge irgendwie umstrukturieren. Aber gerade mit dieser Energie hier, wir haben so viel Gefühl hier. Auch die Herrscherin ist die Verkörperung der bedingungslosen Liebe. Und das ist alles ganz, ganz präsent hier. Absolut. Aber dann sehen wir hier den Turm in der nahen Zukunft. Weil gerade mit dieser Kombination, es fühlt sich einfach an, als ob es hier am Fundament ganz schön ruckelt und brückelt. Brückelt. Bröckelt, das ist das Wort. Es ruckelt und bröckelt. Lass uns mal weiterschauen. Und wie ich gerade schon sagte, der Wagen hier zeigt mir an, dass du recht zielorientiert bist. Du bist auf irgendwas extrem krass fokussiert. Hast eine große Willenskraft, eine große Willensstärke. Und ich habe auch das Gefühl, dass du grundsätzlich dich sehr stark fühlst und sehr selbstbewusst fühlst. Weil mit dem Wagen geht es darum, dass wir nicht Opfer unserer Realität sind, sondern dass wir sagen, nee, 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 ich entscheide jetzt, wo es lang geht. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendein Ziel gibt, auf das du dich jetzt zubewegst. Oder dass es vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes einen Umzug oder eine Reise gibt in diesem Monat. Wo ich das Gefühl habe, das tut dir irgendwie gut. Diese Energie fühlt sich gut an. Weil du gefühlt extrem reinrauscht in die eigene Kraft. Und die Karten sehen ja auch farblich gesehen tatsächlich recht ähnlich aus. Und die Sache mit dem Wagen ist natürlich, dass du siehst hier immer die beiden Pferde. Und normalerweise kannst du dabei sagen, hey, die Pferde sind ganz schön kraftvoll. Und normalerweise ist ein Pferd, geschweige denn zwei, kraftvoller als ein Mensch. Und die können eigentlich sagen, hey, wir entscheiden, wo es lang geht, Freundchen. Wir ziehen nach links, nach rechts. Du folgst jetzt unserer, wie sagt man, du tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Aber das ist genau diese Energie mit dem Wagen, wo man sagt, nee, mein Wille, mein Wille geschehe. Ich setze mich jetzt über den Willen der Pferde hinaus, die eigentlich die Kraft hätten, mich nach links und rechts zu ziehen, mich von meinem Weg abzubringen oder von meinem Ziel abzubringen. Aber du hältst den Kurs und sagst, nee, das ist die Richtung. Das heißt, du entscheidest. Das heißt, für den Dezember habe ich das Gefühl, dass du irgendwie entscheidest, in welche Richtung es jetzt für dich weitergeht. Im Außen entsteht hier etwas Neues. Irgendwas in deinem Umfeld manifestiert sich gerade neu. Vielleicht eine neue Person, ein Neuanfang. Irgendwas entsteht gerade in deinem Außen, in deinem Umfeld. Aber das fühlt sich noch sehr subtil an. Für manche von euch kann es sein, dass du das vielleicht schon wahrnimmst. Und vielleicht geht es hier auch um eine Partnerschaft oder Beziehung. Und du merkst, das manifestiert sich so langsam. Du bist darauf sehr fokussiert. Du nährst dich selber, nutzt hier wirklich also das Gesetz der Anziehung, um einmal dich gut um dich selber zu kümmern und diesen Raum zu kreieren, der eine Partnerschaft quasi halten kann. Wobei es auch sein kann mit diesen Karten, dass hier eine wirklich signifikante Partnerschaft ist. Absolut. Vielleicht eine Wiedervereinigung, vielleicht ein Wiedersehen oder grundsätzlich einen Grund zum Feiern hier. Dann würde natürlich der Magier bedeuten, dass irgendwas anderes in deinem Umfeld, in deinem Außen gerade Form annimmt. Irgendwas nimmt gerade Gestalt an. Und du siehst vielleicht die ersten Anzeichen davon, dass jetzt etwas sich in deinem Umfeld oder Außen manifestiert. Deine Hoffnungen und Wünsche mit der Prinzessin, der Kelche, ist, dass es hier einen Neuanfang auf emotionaler Ebene gibt. Vielleicht hoffst du, dass eine emotionale Nachricht reinkommt. Vielleicht hoffst du, dass auch eine Entschuldigung reinkommt. Vielleicht hoffst du aber auch, dass es grundsätzlich einen Neuanfang gibt in einer emotionalen Situation. Ob das ein Neuanfang ist im Sinne von, vielleicht erhoffst du dir eine neue Beziehung oder ob das ein Neuanfang ist im Sinne von, du erhoffst dir, dass innerhalb einer existierenden Beziehung oder einer Beziehung, oder einer Person, die du kennst, dass damit quasi ein Neuanfang entsteht, haben wir hier in den Hoffnungen und Wünschen. Und das könnte sehr gut sein. Und das könnte tatsächlich hier passieren. Vielleicht ist das ein Wiedersehen. Du bist fokussiert auf die Beziehung. Es ist sehr nährend, wächst sehr gut. Es macht dich sehr glücklich und erfüllt. Und es verändert hier alles. Wobei wir hier noch so eine kleine Herausforderung haben. Wir werden uns natürlich gleich nochmal das Rendement anschauen und gucken, was wir da für Herausforderungen quasi sehen. Wohin führt es? Erstmal in die Kraft. Das heißt, dieser Monat. Und das ist spannend, weil wir hier eine ganz starke, kraftvolle, unterstützende Karte haben. Und hier insbesondere für dich ebenfalls. Aber es geht über die Erkenntnis. Es geht über dieses unerwartete Ereignis. Findest du in deine Kraft. Auch wenn wir hier gegebenenfalls mit dem Turm für den einen oder anderen auch eine Herausforderung haben. Eine Umstrukturierung. Irgendwas, was plötzlich anders ist. Ich kriege das ganz klar für dich rein. Du findest darüber in deine Kraft. Und für den einen oder anderen bedeutet das mutig sein. Für den anderen wiederum bedeutet das geduldig sein. Oder für wiederum andere, dass du irgendwie cool und dass du ruhig und dass du gelassen bist. Wir haben auch eine sehr sanfte Energie. Auch wieder hier eine sehr, sehr liebevolle Energie. Also du gehst quasi über einen vielleicht Schockmoment, über eine Krise, über einen unerwarteten Moment, eine unerwartete Veränderung oder über eine Erkenntnis gehst du hier in deine Kraft. Und ich möchte mir jetzt anschauen, was es damit genau auf sich hat. Und nehme das Ganze nochmal unter die Lupe mit dem Lenormand. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in die Erweiterung in Teil 2 dieser Legung. Diese findest du unter dem Video. Da findest du die Links zu Vimeo oder Patreon. Das sind die beiden Plattformen, auf denen du jetzt Teil 2 dieser Legung schauen kannst. Ich bedanke mich erstmal bei dir fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn du Interesse hast an der Erweiterung, bleib doch nochmal ein paar Minütchen dran, weil wir schnuppern jetzt schon mal in die Erweiterung. Hallo lieber Löwe und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt in die Tiefe eintauchen, in die Energien für deinen Dezember. Und wir starten mit den Karten. Also ihr Lieben, du siehst schon, ich habe das Seelenreise-Tarot hier, weil wir auch noch für Beruf, Finanzen, Liebe, Beziehungen und für dich persönlich jeweils einen Tipp ziehen. Das heißt, nachdem wir jetzt reingehen in das Lennormand und uns wirklich diese Thematiken Beruf, Finanzen, Liebe, Beziehungen und alles, was noch so um dich herum liegt, genauer anschauen, werden wir dann für diese Lebensbereiche auch noch einen zusätzlichen Tipp ziehen. So, was sind die Energien für Löwe? Jetzt bin ich mega gespannt, weil wir auf der einen Seite so wundervolle Energien haben und dann haben wir den Turm. Frieden, Harmonie, in den Frieden kommen. Eine Chance auf neue Harmonie. Lass uns mal weiterschauen. Auf gewisse Art und Weise, gerade mit den Lilien, die Lilien stehen für Harmonie, für Ruhe, für Frieden. Moment, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir da die Partnerschaft liegen. Eine Beziehung oder Partnerschaft, die geprägt ist von Reife oder die geprägt ist von Harmonie oder Frieden. Und irgendwann, ach hier wieder, es könnte eine Einladung geben. Eine Einladung, eine Überraschung, ein Geschenk. Guck mal, und da ist die andere Person. Da sehen wir die Person, mit der du es zu tun hast, auch an der Beziehung dran. Und wir sehen wichtige Gespräche, die tatsächlich irgendwas verändern werden. Es kann auch sein, dass sich eine Kommunikation jetzt verändert zwischen dir und dieser anderen Person. Hier sehen wir dann, der Ring ist gespiegelt auf die Herzensangelegenheit oder die Liebe. Und da schon wieder, Kommunikation verändert etwas. Kommunikation über eine Veränderung. Kommunikation, die sich verändert. Wir haben dann noch diesen krassen Einschnitt. Ja, also ich sag dir, irgendwas passiert hier. Wir haben den Turm. Der Turm ist dieser Bam-Moment. Und dann haben wir da auch noch die Sense drauf. Lass mich das mal unter das Lübchen nehmen. Hier ist deine Karte. Und hier haben wir die Mäuschen. Die Tipps ziehen wir gleich. Wir fokussieren uns erst mal hier drauf. Okidoki. Also, es gibt hier irgendwas, was dich belastet, bezogen auf die andere Person. Diese andere Person muss kein Mann sein. Das kann auch eine Frau sein. Das kann ein Freund, Freundin, Partner, Partnerin, Familienmitglied, Arbeitskollege oder jemand auch von der Arbeit sein. Wobei wir schon irgendwie sehen, dass hier eine Herzensverbindung auch dran ist. Was ich sehe, ist also eine Belastung, die sich auf die andere Person bezieht. Hier gibt es irgendwas, was an dir nagt. Hier gibt es irgendwas, was an dir nagt.